Eure Kategorie, ihr könnt euch schon mal ein bisschen eingrooven. Darum das Tanzen nicht vergessen, denn die Doobox ist streng. Guck auf die Begriffe! Es geht schon los? Eure Kategorie, ich sag euch schon mal die Kategorie, sind Tiere. Das heißt, gar nicht voran das hindenken, nur Tiere. Seid ihr ready? Eins, zwei, drei, let's go! Äh, Elefant! Richtig! Äh, was? Lama, Lama! Ähm, äh, Katze, Katze, Katze! Makiaffe! Wuh! Okay. Äh, Känguru! Äh! Frosch! Größe! Äh, wah, 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 wah! Äh, wah, wah, wah! Skipp! Es hat Mingo, Flamingo, Vogel, 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 Vogel! Skipp! Skipp! Lama, Reh, Reh, ein Reh, ein Reh, ein Reh. Ein Hirsch, eine Giraffe, ein, ein, äh, prrrr! Ein Zebra! Ein galoppierender... ...Hund... ...Pferd! Oh, nein! Ja! Ja! Oh, ey! Ein galoppierender Hund! Was? Zebra! Egal! Egal, egal, egal! Falt mich, war gut! Ja, ist er gut! Ja, ist er gut! Scheiße! Gut gemacht! Ein galoppierender Hund! Kommt zu mir! Ja, ja! Okay! Der Rats Rats Vielen Dank.